Hi und herzlich willkommen hier auf SilentCastHD. Im Hintergrund hört ihr natürlich das Modern Warfare 2 Ranger Scene. Meine Fresse, das ist ein guter Track. Das hier ist nur ein ganz kurzes Update zum Crying It Open mal wieder. Wir haben heute das Crying It Open Halbfinale im Loser Bracket spielen wollen. Leider ist, ähm, Namen vergessen, Shift nicht aufgetaucht. Und deswegen hat Budcrawler im Halbfinale des, oder im Vorhalbfinale des Loser Brackets, ähm, einen Default Win bekommen. Gegen Ballbreaker hat er so oder so den Default Win bekommen, denn sowohl Ballbreaker als auch Sensibelchen hätten heute keine Zeit gehabt. Das heißt, im letzten Halbfinale ging es ja darum, wer im Finale spielt und wer komplett aus dem Tournament verschwindet. Und das heißt für morgen, naja, eigentlich heute, den 29. Mai, also Sonntag, steht das Finale anzwischen Budcrawler und Sensibelchen. Sensibelchen kommt aus der Winner Bracket, hat also zwei Chancen prinzipiell, den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Und wir lassen uns mal überraschen. Morgen, 19 Uhr, wieder mit Krytos, ähm, und mir. Wir haben heute Abend, da, wie gesagt, ein Crying It Open quasi nicht stattgefunden hat, haben wir ein kleines, ähm, Silent Fun Map Abend irgendwas gemacht. War eigentlich ganz lustig, könnte man sich mal überlegen, ob man das häufiger macht. Mir hat es sehr gut gefallen, ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen, die, die mitgemacht haben. Ähm, und das war's an der Stelle von mir. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zum Finale und zum Ende des Crying It Open, des Ersten. Und dann schauen wir mal weiter. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Gebt das an die Spieler weiter, die ihr kennt, oder an die Ex-Spieler, oder an die Zuschauer, oder die, die es vielleicht interessiert. Denn, äh, ja, wie gesagt, heute war wenig los, noch nicht mal Shift ist aufgetaucht. Schade, eigentlich. Weil, es steckt halt ein bisschen Mühe drin von uns, ne? Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.